Eigentlich war Burt ein ganz normales Baby. Er schrie, wenn er Hunger hatte und strampelte, wenn er glücklich war. Dennoch, für die anderen blieb Burt ein Sonderling. Doch schon bald übte seine Andersartigkeit einen gewissen Reiz auf seine Umgebung aus. Man spendierte ihm Limonaden und wollte mit ihm tanzen. Burt war plötzlich beliebt. Fast schon zu beliebt. Komm doch mal tagsüber vorbei und hol dir deinen neuen Burt ein Rucksack. Reifeisen Club, da ist was los.